Wo geht ihr hin? Ich entschuldige mich für die Täuschung, aber es war notwendig. So jemanden wie euch haben wir in Tausenden von Jahren nicht gesehen. Es war zwingend erforderlich, dass ich zunächst euer Herz auf die Probe stelle. Kommt und reitet mit mir. Es gibt etwas, das ich euch zeigen möchte. Die Tempelpriester wagen es nicht, sich der Wahrheit zu stellen. Ich werde alt. Meine Zeit auf dieser Welt ist bald vorüber. Seht ihr die große Statue in der Ferne? Viele Jahre haben die Arbeiter sich dem Bau verschrieben und es ist fast vollbracht. Nur noch ein wenig mehr Jade, wie die, die ihr beschafft habt. Und sie ist fertig. Mit meinem letzten Atemzug werde ich die Essenz meines Lebens in die Statue hauchen und ein neuer Wächter wird geboren werden. Seid nicht traurig. Der Kreislauf ist klar. Weder beginnt, noch endet er mit mir. Eines Tages müsst auch ihr vielleicht all das verteidigen, was euch am Herzen liegt. Wenn dieser da kommt, erinnert euch an all das Licht und die Wunder dieser Welt und kämpft. Wir leben zusammen oder wir sterben zusammen. Alle Kreaturen Pandarias sind miteinander verbunden. Ich bin erschöpft. Ich muss jetzt ruhen. Mach das gut. Wir werden uns schon bald wiedersehen. Welche Weisheit sucht ihr?